Aldemar HD Toll Hey Leute hier ist der Aldemar mit der Billions Willkommen zum dritten Versuch Die Knochenküste Tja man da hat es gerade funktioniert Ich war am erzählen von unserer kleine Farm Oder meine kleine Farm und ich weiß noch nicht mal wie es heißt Richtig nichts kann ich Und äh Tadaaa Da sind wir Ich will jetzt mal gerade was rausfinden Ob man hier irgendwo Nochmal Steine findet Wir gehen jetzt mal ganz kurz kontrollieren Oh guck mal hier ist auch Stein Das Holz Und finden wir hier nochmal ein Lager mit Steinen Das Holz Das brauchen wir alles nicht Weil wenn ich weiß was das hier ist Können wir einen Blitzstart hinlegen Okay Ein Blitzstart Ähm Was ist das? Batterien? Wofür brauchen wir Batterien? Okay Wenn ich jetzt zurücklaufe Mal ganz kurz hier schon mal Häuser bauen Mal ganz kurz hier schon mal Häuser bauen Ob die dann hinterherlaufen Vielleicht tun sie es ja nicht da oben ist Eisen Okay Ich meine Wenn ich jetzt ähm Noch ein Paket Steine irgendwo finde Ein Ein zweites Paket Steine Dann können wir direkt die Kaserne am Anfang bauen Komm schon komm schon Was ist das für ein großer Baum Meine Güte Wie viele das hier sind Wie viele das hier sind Genau Hier waren wir sowieso schon So das Paket Steine ist da Batterien Was machen wir mit Batterien? Irgendwie zusätzlich Strom Ist das wahrscheinlich Da ist das Steinpaket Jetzt müssen wir die nur hier weglotsen Ach da kommen wie viele hier sind Ja Das ist Holz Ja So So holen wir das Gehen hier weg Aber obenrum Kann auch sein dass deswegen so ein Anführer kommt Da müssen wir da oben nochmal gucken Ja Archie Das ist sowieso vor den Zug jetzt gerade Wegen den Arbeitskräften Nein 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 Weiter 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 Oh das ist gut Das ist gut Aber es ist auch schlecht Kann auch oben rum gehen Das noch mehr Lauf Fester Hä Hä Warum wollt ihr das nicht einsammeln Das ist aber jetzt bescheuert So Kann sein dass sie jetzt die Grafik angreifen Äh ne Die Grafik angreifen Ja genau Die Grafik angreifen Ich brauch nur ein zweites Paket Steine Das ist der Rest mal egal da oben Doppelt Nahrungskiste Ne brauchen wir nicht Die Fässer kann man gar nicht einsammeln Ich trottel Oh man das sind so viele Zombies Ich glaub wir müssen ziemlich früh Mauern bauen Ja Und die KI ist schon ziemlich hohl Also Da kann man nichts zu sagen Sonst Holz Holz Das ist halt blöd Aber Einmal 10 Steine kann man auch schon was mit anfangen Das ist auch nur ein Eindigens Das ist bestimmt Strom Richtig Ist aber auch nicht schlecht Also das sollte ich auf jeden Fall einsammeln Das könnte uns einiges an Zeit versparen Okay Wir sollten neu starten Das geht aber so leicht nicht Pass auf wir machen jetzt nochmal einen Neustart Komm meine kleinen Zombies kommt hier Man sind die lahm Die Schnellen sind alle da oben ne Ich kann auch drauf schießen Schaden Zweites Paket Steine wäre echt cool gewesen Entweder habe ich es übersehen Oder es gibt keins Die Schnellen sind alle irgendwo anders Alter guck mal Ah es geht schon los Okay Kommt alle mit Kommt alle mit Wir kommen zur Siedlung Ich weiß jetzt haben wir wieder Zeit verspielt Aber ich brauche meine Bogenschützenfrauen für den Für den Start So dann macht das Gebäude kaputt Viel Spaß Und dann auf ein neues Kann man nichts machen Aber jetzt haben wir das ein bisschen erkundet Das hätte ich direkt mal machen sollen Ja Ja die Aungskisten sind auch ganz nett Aber jetzt Nicht so wichtig finde ich wie Steine Also Okay Gut Ich kann genauso weitermachen wie vorher Nur dass wir eine Kunde hochschicken Für die Für den Strom Und wir machen vielleicht früher eine Mauer Ich muss vielleicht schneller einen Holzfäller bauen Scheine dass es nicht einfach einen Neustart gibt Schon dreimal Am letzten Mal aber auch schon dreimal Dreimal oder zweimal neu angefangen Vielleicht sogar viermal Das kann auch sein Tut mir leid es waren schon wieder fünf Minuten Für die erste Folge Hä Hä Das ist doch sonst nicht so Sonst krieg ich noch mal Fünf bauen Ja auf jeden Fall da unten hin Vielleicht baue ich die Balliste diesmal an Weißt du was das machen wir auch Ich baue die einfach hier hin Ist mir egal Äh Äh Just in case Ja Dann haben wir jetzt eine Basisverteidigung Arbeiter und Geld 300 Komm schon Wenn wir jetzt das direkt als nächstes Gib mir nochmal Geld Komm schon Geld Komm schon Lass nicht auf dich warten Ich muss Holz sammeln Holz 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 Ich warte mal auf den nächsten Zug Und dann nutzen wir direkt mal die Typen auf die Schienen 17 13 wollen wir hier 1 hin machen Ja ne besser Oder hier Können wir auch da 1 hin setzen wahrscheinlich Machen wir mal hier 1 hin Machen wir mal hier 1 hin Da gibt doch bestimmt da oben auch noch 1 gleich Okay Wir schaffen das schon Wir schaukeln das Baby Okay Wir müssen ein bisschen aufpassen Wir brauchen die Schnelle Bitch 1 1 2 2 3 3 4 5 8 7 8 Habe ich jetzt verkackt? Na, da kommt sie schon. Schnell, schnell, schnell! Schade, nicht alle, aber einige. Können die Richtung Balliste bringen? Aber nicht zu den saftigen Bürgern. Arbeiter. Gut, da kennen wir ja gleich ein paar neue. Müssen wir gleich mal gucken, weil die Kasernen sollen da... Ist hier denn oben irgendwo ein Anführer? Guck mal runter zur Balliste, ist schön hier unten. So, jetzt müssen wir mal Dali hier. So, dann haben wir das Essensproblem erstmal bewältigt. Komm, mit der Balliste haben wir das Problem von letzter Folge auf jeden Fall gehoben. Ah, mehr Orders. Das machen wir nur auf Gold. Ja, Strom brauche ich noch. 300. Ne, dafür reicht es auch. Wir können auch einen Steinbruch direkt erstmal bauen. Und dann Strom. Strom können wir noch gleich klauen. Da müssen wir auch kein Windrad direkt bauen. Dann haben wir das auch. Okay. Boah, das quietscht aber laut. Meine Güte, warum sind so manche Sounds wieder lauter als andere? Es ist total komisch, wirklich. Ich habe mir den Kompressor drauf. Das werdet ihr vielleicht nicht merken. Aber es ist schon merkwürdig. Es kann auch sein, dass mein Gehörgang einfach bescheuert ist. So, jetzt machen wir hier aber... Äh, folgendes. Müssen wir hier... einen Turm hinsetzen. Die Steine holen. Und dann holen wir gleich noch die Batterien. So, jetzt holen wir die Batterien. Du bleibst hier. So, da oben ist nämlich... ist eigentlich unsafe, aber... Auch jetzt egal. Nein, nein, nein. Okay. Ähm. Das ist fertig. Jetzt haben wir keine Energie mehr. So, los geht's. Kommen wir gleich noch hin. Wir gehen erstmal jetzt die Batterien klauen. Das ist sowieso was. Dann müssen wir genug Steine haben. Oh. Ich glaube, die Anführer kommen aus diesen Häusern irgendwann und stürmen dann... Oh. Nicht angreifen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die sind so gestört, ne? So, jetzt weg hier. Okay. Vielleicht kommen die jetzt hier nicht. Das finde ich überhaupt nicht gut. Das ist der Train hat nach der Station. Steine fehlen. Noch einmal vier Steine. Okay. Da darf ich jetzt erstmal nicht mehr hingehen. Gib mir Steinchen. Oh ja. Ich mag sie so gern, ne? Oh ja. Steinchen, ja. Steinchen. Oh, was war mein Knie? Äh. Hä. Okay, 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 okay. Will ich das schon haben? Das war... Ne. So, jetzt müssen wir mal... Hier, ich muss auf jeden Fall nach da unten expandieren, wegen dem Wald. Dann mache ich jetzt erstmal noch eine Windmühle, weil ich die sowieso irgendwann bauen muss. Okay. Okay. Zählte, zählte, zählte. Zählte, zählte. Fink und Gold. Steine und Gold auch für das. Gucken wir mal, ob die hier noch sind. Ja, warum sind sie noch? Müssen wir nochmal auf den Zug warten eigentlich. Oha. Komm, dann laufen wir nochmal ein bisschen im Kreis, bis der Zug wieder kommt. Und... Roger that. Are you sure? Straight to the heart. Nein! Great idea. No, I'm just kidding. Great idea. No, I'm just kidding. Boah, du blöde Kuh. Gotcha. Wir warten auf den Zug. Auf nicht mehr als den Zug. Gleich stürmt meine Basis, weil ich nicht aufpasse. Aber das wäre ich dann wieder selber schuld. Meine Güte. Kommt die Bahn, da kommt die Bahn. Naja, geht auch besser. Gut, dann zurück schnell. Vollgas. Die Bahn hat nach der Station gekommen. Das besser wäre gut. Okay. Great. Okay, let's do this. Mal im Kreis laufen, die machen das schon. Okay. Great. Irgendwann mal. Oh, was eine. Scheiße. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir holen das Holz. Nee, wir haben genug Holz. Okay, let's do this. Bleiben die jetzt weg? Oder nicht? Mann, ey. Scheiße. Oh. Okay. Okay, okay. Wir müssen eigentlich eine Verteidigungsmauer bauen. Oh, hier. Ja. Alles andere wäre zu früh. Oh, ich kann natürlich mehrere bauen. Egal, kommen wir bauen hier schon mal eine hin. Ich finde das so cool mit der Eisenbahn. Ich mag die Eisenbahn. Hui. So, dann haben wir das schon mal zu. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben noch, ja, zehn Tage circa. Es sind eigentlich nur Holz. Du bist jetzt gerade auf jeden Fall. Und Arbeiter. Wir brauchen mehr. Nach da oben will ich jetzt noch nicht gehen. Hier haben wir jetzt am meisten gelichtet. Also sollte ich jetzt... Ich kann halt hier Licht machen, aber es kann auch sein, dass sie von da kommen, die Zombies. Es sei denn, da ist sonst... Doch, das ist ziemlich... Aber wir sehen das gleich. So, das machen wir jetzt hier mal hier weg. So. Mein Bow und Arrows sind bereit. Na ja, was ist blöd da? Kann ich auch direkt die Häuser hinbauen? Ah, wird nicht rechtzeitig fertig. Schade. So, jetzt frei räumen. Habe ich jetzt alle Türme leer gemacht? Ne, habe ich nicht. Ich dachte schon. So, und töten gehen. Schaffen die doch hoffentlich jetzt. Einsammeln. Die waren auch mal besser. Das hat es dann jetzt erledigt. Puh. So, Holz haben wir genug. Dann sollten wir jetzt mal gucken, dass wir hier was hinbauen. Aber das funktioniert nur semi-gut. So, mal rein. Attention. Building completed. Dann machen wir auch noch Arbeiter. Ich kann hier zu machen, dann können ich noch Häuser hinmachen oder so. Und dann machen wir gleich hier auch noch zu. Jetzt müssen wir jetzt mal unten gucken. Okay. Wir wollten jetzt auf die Arbeiter mal wieder. Aber es sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. So, dann haben wir auch ein zweites dafür. Gut. Jetzt sind wir wieder pleite. Es kann ja sein, dass von hier aus Zombies kommen. Ich vermute jetzt mal nicht. Ich glaube eher, dass die von Norden immer kommen. Da ist was im Busch. Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Oh, ich habe schon. Wuhu. So. Man kann hier trotzdem mal zu machen. Aber, ne, es wäre falsch. Wir müssten hier eigentlich zwei... Man, weiter sollten wir hier nicht gehen. So, wir bauen jetzt hier noch eine zweite Verteilungslinie. Und dann haben wir das abgeschlossen hier auf der Seite. So, wir brauchen noch ein Tesla-Dingens. So. Dann machen wir das fertig. Machen wir zu. Und dann widmen wir uns mal hier. Machen wir hier zu. Dann haben wir eins, zwei. Machen wir hier dicht. Oh, hier wird es schwer. Da müssen wir direkt zwei hintereinander bauen. Aber hier kann ich noch viele Häuser entsetzen. Ich muss schwer an dieses Eisen. Wo wir Soldaten bauen können. Und ich brauche Ballisten. Das hier. Arbeiter 10. Ich habe schon wieder kein... Jetzt schon wieder kein... Keine Dingens? Oh Mann, ist das krass. Oh Mann, das ist ein Zombie. Das ist nicht gut. Roger that. You are gonna pay me for this, right? My bow and arrows are ready. Oh, komm. Nee, zweite Tür hin. Machen wir die mal. So. 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 So, die kommen wahrscheinlich sowieso alle hier oder hier so. Fertig. So. Weg hier. Jetzt ist es dahin. Spikes haben wir jetzt auch. Gott sei Dank. Spikies. Spiky Spike. So. Und dann mal jetzt aufräumen. Haben wir auch die Ballista zu Hilfe. Was fehlt uns? Arbeiter. Wer hätte das gedacht? Ah, es sind immer noch nicht aufgefüllt. Jetzt können wir nämlich hier mal auffüllen. Nee, nee, sind sie nicht. Wir müssen auf jeden Fall dahin exponieren wie den Eisen. So, klar. Safe. Will man da hinstellen? So. Das geht noch nicht. Dann machen wir hier noch einen Steinbruch hin. Obwohl, das geht ja gerade. Ist jetzt kein Problem. Äh, das hier brauchen wir. Und. Ah, die Lagerhalle. Die wäre. Plus 20% umliegende Gebäude. Wäre dann schon eher hier. Ja, was ist das denn? Warum kann ich das? Hier könnte ich das denn bauen? Dann wäre echt viel drin. Bauen wir einfach mal die Lagerhalle. Habe ich die beim letzten Mal eigentlich gebaut? Dann machen wir das mal tot. So. Bam. Holz. Töte ihn. Bin sehr stolz. Stolz dem, ha? So. Haben wir das auch zu? Da ist auch dicht. Hier oben zwar noch nicht. Aber das ist auch egal. Wir machen jetzt erst mal hier alles tot. Oh. Oh. Wie war das mit dem? Sieht gut aus. Mein Herz. So. So. Hier erst mal patrouillieren. So. Ähm. Ah. Leute, ich muss hier aufhören. Tut mir leid. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Diabiliens. Tut mir leid. Äh. Kurzes Ende. Und schnell ein nächster Anfang. Ja. Damit wir hier rund kommen. Also. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen wie immer. Und haut rein, Leute. Bis zur nächsten Mal. Tschüss.